Okay, er hat gespeichert. Oh! Oh mein Gott. Russelig. Ja, komm, wir mal weg. Vielleicht kommt jetzt noch? Oh, ätzend, ey. Okay, hier geht's wohl raus. Ah, es geht doch nicht weg. Wow. Boah. Eieiei. Wir wissen alle, was passiert. Boah. Und sowas gibt es halt wirklich. Naja, wenn es noch nicht von... Okay, also wir könnten da her... Oder hier her. Ja, das ist doch viel sicherer. Komm. Ich glaube daran. Mhm. Oh, ich bin nicht so sicher. Ist doch schön. Nein, falsch! Habe ich falsch klopft gedrückt. Ja, das passiert schon mal, ne? Eine Fifty-Fifty-Chance. Habe ich verkackt. Oh. Boah, wie interessant das einfach alles ist. Ich mag das. Ich habe tatsächlich vom Spiel auch sehr, sehr, sehr coole Artworks gesehen. Als ich das erste Thumbnail gemacht hatte. Also schon... Ja. Gibt es leider viel zu wenig, weil... Das Spiel geht auf jeden Fall eine Menge her. Und ich muss sagen, es ist so ein... Ja, ein bisschen outlastig manchmal, ne? Ha, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt renne ich schon von Anfang an schneller. Da kann mir nichts passieren. Oh. Ha? Kein Weg zurück. Oh, was haben wir denn hier schönes? Oh, der Lüge. Und ich will die ganze Zeit die, ähm... Ist er durch? Ich will die ganze Zeit die Taschendampe anmachen, aber das geht ja nur von alleine an. Ah, wieso sollte da auch ein Kind sein? Das Komische ist, das Kind ist ja danach nicht verschwunden, wie das ja meistens so ist, wenn man Hallos hat. Deswegen, ich glaube schon, dass das wirklich da war. Hier können wir weiter gleich. Oh, ist aber ganz schön... Wenn der Klops nach unten fällt, ist es nicht so gut. Oh, der ist aber ganz schön dunkel hier. Wow. Wow. Warum läuft der auf einmal so schnell? Wow. Hör auf, so schnell zu laufen. Spannend. Sehr spannend. Was nicht so spannend ist, ist, dass wir wirklich gerade... Okay. Dass wir wirklich gerade so mega schnell sind. Ach, jetzt. Cool. Finde ich gut. Ja. Kann man natürlich auch mal machen. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. 4 gleich B, R... Ne, was? Hä? Das ist definitiv ein Hinweis. Ist das ein B oder ist das ein R? Das sieht aus, so eine Glühve. Warte mal ganz kurz. Also, ich kann hier runter. Und ich kann da vorne lang. Ich glaube, ich gehe erstmal hier vorne lang. Die Luft ist bestimmt ganz gut hier drin. Ich hoffe, ich komme da gleich wieder hin. Die geht zurück zum Haus. Nein. Warte mal, da war... Hey. Nein, 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 nein. Nein. Hier ist so viel Content. Hier sind so viele... Mit den Xen auf der Karte. Ich kann jetzt nicht gehen. Ich gehe zurück. Könnte mich mal. Also, nö. Das... Also, Entschuldigung, aber das möchte ich jetzt wirklich lösen. Das... Ich komme doch wieder zurück, oder? Okay, jetzt bin ich hier. Gut. Okay. Ja. Ähm. Ich, ähm... Ja, jetzt bin ich hier. Gut. Ich brauche, äh, diesen Code. Äh, den hat doch bestimmt einer von euch. Den kann ich irgendwie auch noch. Na? Hm. Ich kann... Ich kann das nicht einfach hier lassen, was... Mist. Warte kurz. Aua, aua. Ich gucke noch mal eben. Ich weiß, ich kann da vorne jetzt nach Hause. Schön. Wundervoll. Gehe ich da vielleicht irgendwie drauf? Es könnte ein U gleich B sein und dann läuft da die Farbe runter, aber U gleich B... What? Hm. Das Spiel hat verschiedene Enden. Deswegen bin ich natürlich jetzt sehr daran interessiert, das zu lösen. Ich würde natürlich möglichst ein gutes Ende gerne haben. So, das ist ja gerade runtergefallen, ne? Kann ich da vielleicht jetzt nochmal im Nachhinein irgendwie rüber, weil ich jetzt nochmal hier reingegangen bin? Mit hier so einer Seite? Oder vielleicht einfach mal rüberspringen? Nein, das blieb nicht. Scheiße. Scheiße. Okay. Ich kann mit diesem einen Hinweis nichts anfangen. Kacke, was mache ich denn jetzt? Soll ich das schneiden und gucken? Oder soll ich nachgucken vielleicht sogar? Soll ich im Internet nachgucken, damit wir ein gutes Ende haben? Lieber Chat, der du gerade nicht bei mir bist, sag mir das doch. Liebe YouTube-Kommentare, die gerade nicht bei mir sind. Ich muss gerade das Video gucken. Bitte schickt es mir doch in die Vergangenheit. Bitte sagt es mir doch. Der Chat... Also ich nehme das nicht im Stream auf. Ich bin gerade ganz alleine. Aber trotzdem. Ich kann hier auch nichts machen, ne? Ui. Achso, ja. Darüber springen geht aber, ne? Natürlich. Kann ich eigentlich so... Hier so drauf? Nee, kann ich nicht. Oh. Shit. Upi. Uppalalala. Hinweis, Hinweis. Ich brauche einen Hinweis. Okay, weißt du was? Warte mal. Warte. Um Aufnahmegerät ist auch nicht viel. Gut. Ich werde nochmal ein bisschen rumgucken. Ich werde nochmal ein bisschen rumgucken. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich hier eben was finde. Und, äh... Ja. Ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich ausnahmsweise... Einfach mal im Internet nachgucken. Also ich habe ja gesagt, ich kündige das an, wenn ich das so mache. Schon der Eingang? Achso. Weil, hier war ich auch noch nicht. Warte mal ganz kurz. Ich gucke mal. Hier habe ich ja gerade gefragt, ob ich da rüberkomme, ne? Da durchkomme. Mein theoretisch... Warte hier. Das ist ja jetzt nicht so unmöglich, oder? Oder? Okay, das ist doch ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber auch hier sehe ich von Weitem nichts. Nüppel. Nüppel, no pull. Okay. Ich glaube, ich gucke jetzt gleich im Internet nach. Das gönne ich mir. Also, wenn ich jetzt wirklich hier nichts finde... So. Ich lasse jetzt nochmal so eine kleine Passage... Wo ich das nochmal schnell durchlaufen lasse... Und zur Not schnell ist, wie gesagt, raus und gucke nur mal im Internet. Bis gleich. 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 Warte, 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 warte. Wo ist denn hier? J. 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 J, 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 J. J. Da ist J. Und J muss beim C sein. Das ist G, ne war mal A, B, C. Okay. So. So. Und dann können wir ja gucken, wenn wir jetzt so ein verschüttetes Ding haben... Mit, wenn wir jetzt irgendwie eine Buchstabenfolge haben, die wir ja nicht haben, das ist das Problem... Äh, können wir da die Buchstabenfolge rausfinden, die wir dann jetzt hier bei der Kiste eingeben müssen. Ähm, das ist dieses J gleich C. Und hier vorne haben wir halt äh, 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 gleich B. Es könnte ein U sein. Ich denke, es ist ein U, weil ich habe überlegt, es könnte auch ein Y sein. Ein... Umgedrehtes C. Aber ich glaube, es ist ein U. Ein V ist es nicht. Ein U gleich B, ne? U gleich B. Okay. Soweit okay. Ähm, das einzige, was fehlt, ist... Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ja, so 6, ähm... Scheiße, ey. Wir haben... Wir haben das komplette Alphabet hier. Ja, wir haben... Hieran habe ich gedreht. Scheiße, warte mal. Müssen wir mal hier... Ich weiß nicht, wie das zurückmachen. Nein. Ähm, ja, das komplette Alphabet zur Verfügung. Wir können also überhaupt gar nicht rumraten. Äh, und das, was mir gerade dann so in den Kopf gekommen ist, ist... Wir hatten ja, ähm, die Tagebuchseiten. Und bei den Tagebuchseiten haben wir ja dieses Sequenz, wo man meinte, hä, da ist ja auch irgendwie so ein Code, weißt du? Und da dachte ich gerade, ey, geil, ich nehme einfach den Brief, aber ich finde den nicht. Den habe ich wohl irgendwie nicht. Hier, Brief meiner Mutter. Da haben wir sowas auch nicht. Rechnung. Ja, die sind auf jeden Fall immer verschlüsselt. Keiner versteht, wie es dazu kommt. Notiz aus dem Lager. Also, die Bibelseite hatte ich halt noch, aber... Hier die 12, 3 und sowas, das hat auch nichts wirklich zu bedeuten. Ja, schade. Also, es könnte sein, dass wir das jetzt vielleicht zu einem Zeitpunkt schon öffnen könnten. Es könnte aber auch sein, weil wir sind ja, äh, quasi in der gleichen Mine. Wir können ja auch nochmal hinkommen. Ähm, es könnte einfach auch sein, dass, äh, wir vielleicht später nochmal wieder kommen. Ich weiß es einfach nicht. Es ärgert mich gerade nur so hart. Das glaubt der gar nicht. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist es sowieso nicht. Ich hoffe, es ist nicht mehr eine Notiz, die ich übersehen habe. Ansonsten kann ich nochmal hier mein Quantengerät. Guck mal. Hm. Nee, ist es auch nicht. Scheiße, ey. Also, Hinweis ist klar, das hier aufmachen ist klar, aber ich will jetzt natürlich auch nicht die ganze Folge damit verplempern. Und ich will vielleicht auch nicht im Internet nachgucken. Ich war ja gerade kurz davor, aber ich, ich mache es nicht. Ich mache es einfach nicht. Wir, wir spielen jetzt ganz regulär weiter. Und versuchen vielleicht nochmal den Supersprung hier drüber. Und hier waren wir ganz am Anfang. Hier sind wir ganz am Anfang reingekommen. So, fast drüben gewesen. Gut. Dann gehen wir mal nach Hause. Schade. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es noch. Nein, du guckst jetzt nicht nach, Pan. Oh Gott. Halt mich zurück. So. Wir können es wahrscheinlich noch nicht machen. Wir können es wahrscheinlich noch nicht machen. Dann gehen wir mal nach Hause. Dann waren wir gar nicht allzu weit weg. Und da vorne ist unser Haus. Okay. Krass. Wir können hier durch, aber wir können auch hier durch. Hier hat er jetzt auch gerade gespeichert. Okay. Äh. Seht ihr das? Oh. Ja. Machen wir dann natürlich mal das Tür. Why not? Hm. Oh, liebe Spie, weh. Du hast mich jetzt hier irgendwas übersehen lassen. Nämlich echt sauer. Die Höhle war bis auf das mit dem Mädchen ja auch nicht so horrorig. Und ich glaube, ich habe gerade vielleicht doch Quatsch gemacht. Dann kommen wir zu unserem Haus. Ah, ja, da. Warte, ich gehe durch? Hey, wir können durch das Wasser. Ist das aber schön, super. Oh, scheiß ich nur. Der, der, oh nein, der ist jetzt, okay, der ist super paranoid. Der ist super paranoid. Hey cool, was ist das denn? Achso, das ist, ja, ich verschlage die mir hier. Oh nein, hallo, Rennkugel, das Gerät meldet sich ja, ne, was liegt da drin, ich will das sehen, scheiße, nein, scheiße, okay, ich brauche den Polizeischlüssel, wir gehen erstmal ins Haus rein, ich dachte gerade, ich dachte gerade, die Fenster wären jetzt irgendwie dicht gemacht, hallo, Olle, Olle, Olle? Ja, das ist ja schön, hier ist was im Haus, nö, hier ist was im Haus abgeschlossen, noch, okay, wofür wir keinen Schlüssel haben, oh, das war's, oh ja, ist ein Ding, ja, im Keller wird sie ja wohl nicht sein, ne, dann gehen wir mal hier unten nochmal gucken, ah, hier muss... Honey, was ist going on, warum ist da ein... Where have you been, where the hell have you been? You know, I wanted to find the... W-why are you crying, what's... Six hours? W-what, what? You were gone for six hours, you went and just vanished. I didn't vanish, I just tried to remove those damn bugs. What, what bugs, what are you talking about? You left me all alone, and some psycho slashed our tires. Are you serious? I called the sheriff, but when we were in front of the house, that guy broke in, into your office. W-what do you mean, broke in, are you kidding me? Fuck, the telegrams, that son of a bitch took the telegrams. The sheriff noticed the broken window, as soon as we went back home and... Wait, wait a minute, who gave you the right to let strangers in, to go through my stuff? He's a sheriff, not a stranger. Besides... Sheriff my ass, you have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't you realize that what I do affects millions of people? You think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions. Fuck. What a mess. Hopefully he's left some traces. I better look around. Wie seltsam das alles ist. Verdammt, was Frank... Achso, ja, das hat er ja gerade auch gesagt. Okay. Das ist immer noch sehr schön. Warte mal. Oh, was für eine Challenge. Ja, cool. Das können wir ja bestimmt irgendwann nochmal machen, wenn wir Langeweile haben. Ich bin wütend! Okay, machen wir sofort, machen wir sofort. Lass mich trotzdem erstmal einmal ganz kurz mich umgucken. Dann gucken wir nochmal unsere Da... Oh. Hey. Warum ist der eigentlich... Der ist aber wirklich ein Arsch. Ich weiß, er... Ne, wegen Paranoid und, ähm... Vielleicht auch nicht umsonst. Wir haben ja auch die Leute gesehen. Oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Aber ja. Das war gerade wirklich nicht nett. Die Frau ist schwanger. Du Penner! Ach da. Ja, kannst du bitte? Hä, das ist wie verarschen. Warum kann ich denn nicht? Warte mal kurz. Ja, kannst du mal... Warte. Ach so, Impuls. Und jetzt? Okay, das verstehe ich gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen... Boah, jetzt bin ich aber gerade doch ein bisschen durch. Ey, heilige Scheiße. Kannst du bitte das Ding mal wegstecken? Steck es bitte weg. Steck es weg. Okay, dankeschön. Hä? Oh, ui. Okay. Kann ich das jetzt machen? Ich meine, ich würde gerne... Weil hier ist doch... Aber der zeigt doch hier was an! Okay, äh... Ich glaube, ich gehe jetzt dann mal. Ich fühle mich, wie ich etwas missen. Ich muss alle die Kläte erst checken. Okay, was macht der Typ hier? Was macht der? Das ist ja interessant. Der hat da jetzt irgendwas... Boah, ich will... Also, heute bin ich echt... Ey, boah, puh. Das habe ich gemacht. Aber hier hat er keine... Hier hat er halt nichts gemacht. Und ja, der ist durchs Fenster entkommen. Und die Dinger hier hat er mir gerade gar nicht angezeigt. Das ist irgendwie halt super strange. Stehe ich gerade voll auf dem Schlauch? Ich weiß nicht, was das Spiel gerade von mir will. Das ist alles sehr schön. Soll ich das scannen? Und warum nimmt der das immer wieder weg, das Tool? Hier vielleicht nicht? Leute, ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will gerade. Ich verstehe es einfach nicht. Hey, unsere Frau. Bist du ein Hinweis hier? Oh, ist bestimmt nicht gut fürs Baby. Äh... I don't know. Ich habe ja schon... Also... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Es ist keine Lupe. Es ist nichts da. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache eine kleine Pause. Na, gucken wir mal, ob ich gleich ein bisschen frischer bin. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Guck mal, der hat hier... Da, das sieht für mich aus, als würde da irgendwas... Als würde er dann... Ich bin gerade nochmal näher dran gegangen hier. Als würde er hier irgendwas hinpacken. Als habe ich das aufgemacht und habe das hier gefunden. Notiz mit dem Bild einer Schwalbe. Irgendjemand muss sie wohl gut sichtbar hier für mich... Gut sichtbar. Für mich hinterlassen haben. Äh, aber warum? Hüte dich vor Schwalben. Untersuche den Bereich um das Haus herum. Das darf ich aber raus, ne? Das da vorne? Keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwas schon... Oh. Oh. Those messages are crucial and he knows that very well. Maybe I'll find another signal outside. Okay. Whatever.